Strecke ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit der Regelungstechnik. Hier eingeblendet ist das Blockschaltbild eines Regelkreises. Der nun markierte Teil ist die Strecke. Wie wir hier sehen können, handelt es sich hierbei um eine Funktionseinheit. Die Strecke ist quasi die Ausgangsgröße, also das Ziel. Beispiele für die Strecke wären die Raumtemperatur oder die Geschwindigkeit eines Autos. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.